ARD Text im Auftrag von Funk Warnung, das nachfolgende Video beinhaltet Szene mit Orwell-Lautstärkenlohn Hallo Leute und willkommen zu Ultimate Chicken Horse Wir sind hier zusammen mit Iggy Der steht nämlich dort drüben Er schreibt Hallo, aber er darf auch gerne mal reden Hallo Na, okay Es gab mal ein neues Update hier zu dem Spiel Ich habe es auch noch nie ein Video zu dem Spiel gemacht Aber trotzdem gab es mal ein neues Update zum Spiel Und ich habe noch alles freigeschaltet Ihr entschuldigt mich Okay, ich würde sagen, wir nehmen irgendwas und fangen direkt an So, wir spielen nur zu zweit Denn wir haben keine Freunde Wow Warte, wir fangen da unten an Ah, das ist die Map Mike, 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 Mike Genau dort Genau dort, wo du jetzt Nein, 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 nein Hier Ja Extra Box? Lol Ja, die gibt es bei zwei Spielern, gibt es das Ah, okay Ich habe noch nie mit zwei Leuten gespielt, deshalb Nein, 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 nein Komm wir machen uns mal schwieriger Weil schwieriger ist lustig und lustig ist lustig weißt du Was hab ich freigeschaltet, ich hab nicht geachtet Ey, ich hab was freigeschaltet Das ist ja egal, die gibt's niemanden Äh, IG wird's vielleicht auch mal Hä, nein, what the fuck Hast du das gesehen? Ja, du hast mal gelaggt Wie hast du das gemacht? Oh, das ist fies Egal Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst Das ist so dieser Moment Das ist so dieser Moment 이라's beim Flowy Boss kommt Welcher wirklich einfach ist Verliert Weil du verstehst, weil das ist ne Blume Ich weiß was du meinst Aber... Piti kommt da hoch! Nein! Da war doch ne Wand! Hä? Unfair! Betrug! Komm, gib uns Fallenpunkte! Nein, Betrug! Warum packst du da mit dem Kleber hin, Mike? Damit du doch nicht mehr wegkommst. Ach stimmt, das ist ne gute Idee. Ach, wirklich? Wuiiii! Oh, yes! Musst du unten das holen. Wenn du das schaffst, dann unten die Minze schaffst, Mike, zu holen. Dann bist du für mich ein Gott. Der unten die Minze, die da ist. Äh, brauch ich nicht. Underdog! Du Unterhund! Ich bin kein Unterhund! Du bist ein Unterhund! Du bist Schande für Familie! Du Unterhund! Okay, damit Iggy nicht die ganze Zeit stirbt. Ich sterb doch nicht die ganze Zeit! Oh, geht das wohl nicht, hä? Hä? Mach das nicht! Das ist echt schade, dass es nicht geht, ne? Mach das bloß nicht! Nein, hör auf! Hör auf! Mach das nicht! Hör auf! Iggy! Iggy! Tja, Mike. Da hab ich wohl gewonnen. Wieso hast du gewonnen? Ja, zeig mal wie du gewonnen hast. Wenn ich die drei Minzen, wenn ich die drei Minzen bekomme? Ja, mach! Mach mal! Ja! 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 Oh Mann! Nein! What the fuck? Warum bewegt er sich auf einmal? Hä? Ja! Ja! Yes! So, ich würd sagen, du hattest deine Versuche mit den Coins, aber jetzt reicht's! Oder? Oder? Hm? 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 Soll ich? Soll ich? Mir ist es egal! Hör auf! Was? Was? W- 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 Einfach warten, bis Mike tot ist und hat mein besseres- Yeah! Nein! Das schnell bist du mit raus! Das wird sowas noch rausgeschnitten! Nein! Warum tust du das? Ich habe Frauenkinder! Der Schmerz! Er ist unerträglich! Keine Sorge! Es wird kurz und schmerzlos! Ja? Oh mein Gott! Es ist lang und schmerzvoll! Okay! Dann mach's mal! Let's go! Ja! Nein! Nein! Weißt du was? Ich hasse meine eigene Kreation! Oh Gott! Es reicht! Er schreit um die Münzen, muss aufhören Mike! Er hat uns... Die Münzen haben uns... Die Münzen haben uns alles genommen! Die Münzen sind... Die sind so schrecklich geworden, die Münzen! Sie haben einfach alles getötet! Was hab ich gesagt? Wer hat diese Scheiß... Dingerlein getan? Du warst das! Du warst das! Oh, das ist fies! Box! Ja! Ich liebe meine Box! Meine Box ist so toll! Hahaha! Die wird so oft in den Kopf geschossen als Belohnung, weil du gewonnen hast! Ja! Ich glaub das... Ich werd das nicht schön finden, wenn ich du wäre, Mike! Ja, ja, ja! Cool! Coole Tür! Hat's vollgebracht! Ja, ne? Ja, ne? Die ist richtig sick, du! Fuck! Nein! Bist du's? Vergesst mich nicht! Wie... Mike, wie kannst du mir das antun? Ich habe Frau und Kinder! Es tut mir leid! Ich denke auch noch an mich selbst! Ich leb noch! Dein letzte Map! Der Ballsaal! Habe ich alle Maps jetzt? Ja, du hast jetzt alle Maps! Oh, lass die gleich spielen! Lass die gleich spielen! Ja, die müssten wir gleich auf jeden Fall spielen! Alter! Ah! Yeah! Ah! Oh nein! Weiß was ich einfach mache? Weiß was ich einfach mache? Okay, ne, egal! Alle Glück! Ja, ich würd sagen... Didi! Yeah! Haha! 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 Ja! Wie geht das, Leute? No! Genau deswegen hasse ich Mike! Denn genau wegen solchen Sachen hasse ich Mike! Leute, ich werd verhasst! Na gut, es ist nichts Neues! Fuck! I'm dead! Komm Iggy, stirb! Good Job! Mein Gehirn ist zerbruchzelt worden! Komm ich da jetzt rüber! Ach so komm ich da rüber! Haha! Haha! Okay! Die größte Troll deines Lebens! Ja! Komm! Yes! Also ich dachte, ich werd raufgesogen auf das Ufo, aber ne! Hm! Ich wollt auch erst mal da ducken, bis ich dann springen muss, aber... Ich hab's halt getimed! Hä? Ah! Ah! Meine Falle! Yes! Yes! Du 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 du! Der Unterhund! Ey, jetzt muss ich das alles alleine schaffen, oder wat? Nein! Ja! Nein! Tschüss Mike! Ich will kurz essen, Moment! I'm dead! Weißt du? Wie sehst du? Lass dich aufrecken an Mike! Bei solchen Sachen kriegt der immer Hunger ohne Ende! Und dann bin ich der, der warten muss! Und hast du verkackt oder gewonnen? Ich hab gewonnen natürlich! Ah, das war kackt, okay! Oh! Münze! Münze! Yes! Nein! Was? Ich hab die Falle bekommen! Ich hab zumindest die Falle bekommen! Wow! Hahaha! Es hat alles im Flammen aufgeheilt! Nein! Du kannst das nicht! Das ist legal! Oh ja! Ich hab's! Ich hab's! Don't do it! Nein! Wow! Alter! Jetzt… Geh doch! So, die Coin holen, die Coin holen… So wie beim Coin Master? Nein! Da ist jemand gestorben. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Wie, da muss erst mal der Replay rein. Oh, das ist aber sehr tragisch. Ein Applaus für IGELCH, dass er zumindest nicht in den ersten zwei Sekunden gestorben ist. Ich werde gewinnen. Die Schokolade aus diesen Türchen gefällt mir wirklich nicht. Ich schwebe mit meinem Skateboard in der Luft. Okay, sieht schön aus. Was ist das Ziel? Wo fängt man an? Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Das ist eine sehr einfache Hä? Moment, kann ich die Dinger verschieben so? Okay. Turmbombe! Achtung! Schade. Hä? Und jetzt? Wow! Ja, wer schlecht lacht, lacht am besten. Boxyline. Hilf mir. Ich muss noch durchkommen, Boxyline. Warum kann ich das... Hä? Hä? Hör, wieso starten wir hier? Hä? Hä? Ich bin einfach. Ich bin verwirrt. Oh! Oh, look at this! Man startet immer woanders. Herr Leute. Das ist interessant. Yes! 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 Dass weh! Oh, cri sincerely! Ja! Wieso rutschst du ab, du Vollidiot. Ich leck dich! Ja komm, ach ey, ne ist doch lame. Okay, du hast aber nicht mehr Punkte als ich, also alles gut. Ja, cool. Ja, wow, ich hab jetzt gewonnen. Wieso hast du jetzt gewonnen? Nein! Also! Falle! Ja! Ahahahahaha! Heee, Bibi! Du gehst das. Nein! 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 Ja! Ja! Nein! Ich hab gar nicht realisiert, dass ich gar nicht im Ziel gewesen bin! Iggy, es reicht. Nein, Iggy. Es reicht. Ja, du hast recht. Es reicht. Nein! Ich verlasse jetzt diesen Raum! Ich bin sowieso gestorben. Oh Gott, ich hab mein Grafik-Tablet gerade kaputt gemacht. Oh Mann! Alles in die Klicks, Leute! Alles in die Klicks! Ist das wirklich kaputt? Ja! Als ob! Ich hab mein Headset gerade mit voller Ruhe draufgeschmissen! Nein! Nein! Iggy, als ob! Als ob! Ja! Waren jetzt und jetzt! Jetzt keine Risse oder so! Nur ein paar Kratzer! Ja, los Mike! Bring! Okay! Da! Was jetzt? Nein! Haha, you're dead! Jetzt kriegst du rein in Münzen! Noch keinen Sieg. Noch keinen Sieg! Ich krieg's keinen Sieg, keinen Sieg, keinen Sieg! K?" Zu viele Münzen. Aber das ist ein Super Mario Level. Ja noch ein Spring Ich würde sagen, ich nehme kurz die Super Mario Minzen wenn es sich nicht stört, ne? Alles jetzt mal eins. Wieso rutscht der? Also Mike, ich würde ja sagen, wenn es dich nicht stört, nehme ich diesmal Mario-Münzen mit Ja, mach das Bin ich auch einverstanden Nein! Bitte Mike, nein, das ist ja wunderschön Nein! Der ist nur eine Münze gefehlt, der wäre ein Penis Ach darum geht es dir nur Ja, ja, ja Kannst du deinem Arzt erzählen? Gibt's was? Gibt's was? Ja, du musst es gleich sehen Okay, was werde ich denn sehen? Es gibt nichts zu sehen, Iggy Hä? Wieso? Ich war voll weit weg? Hm? Na, 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 ja, na, ja, ja, ja Warte, warte, warte Er ist fertig Jetzt muss das, tanzieren Mike YouTube-Richtigen wollen das so Du musst tanzieren Okay, ich tanzieren in der Obnahme So, du weißt natürlich nicht, wie man mit Münzen umgeht Nur ein schlechter Baudesigner Hätte Münzen direkt nebeneinander getan Wie wärs von dir einzeln verteilt? Ja? Ja? Ja, ja, ja Genau, ja, jaka wenn sie die abzieher ist. Ich liebe es. Nein, warum hast du die Kiste da? Was macht Kisti da? Nein, die eine Kiste. Das ist sozusagen das, was aus dem... Ist was? Ich hatte nichts Weißes deswegen. Ja, 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 kämpf gegen ihn. Kämpf gegen den Fail Nomad 3000. Los, kämpf gegen ihn. Kämpf gegen ihn an. Du wirst sowas von failen. Der Fail Nomad... Nein! So, es hat Spaß gemacht, EG. Aber es ist Zeit, Anti zu nehmen. Nicht der Fail Nomad 3000. Nein! Jetzt brauchen wir den Fail Nomad 2000. Okay. Gut, wie du willst, EG. Gut, EG. Wie du willst, EG. Gut, Mike. Wie du willst. Ja. Wie du willst, Mike, ne? Wie du willst, ne? Wie du willst, ne? Kann man überhaupt... Das kann man schaffen. Bestimmt kann man das schaffen. Wie konnte man dann mal tanzen? Mit der... Nein! Jetzt muss ich hinmachen. Nein! 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 Hat den Ziel geschafft! Was? Was? Nein! Nein! Oh nein, das kann ich nicht zulassen. Ist schon mal leid, aber das kann ich nie im Leben zulassen. Es tut mir leid. Hör auf! Hör auf! Du bist ein Idiot! Wie er rumschreift. Junge, wie er rumschreift. Bombe, 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 bombe! Es gab keine... Ja, yes! Scheiße, Mann! Wer hat dieses scheiß Spielenstockchen da aufgestellt, Alter? Nein! Ich spiele bitte niemals mit Iggy. Der macht so ne Scheiße. Ich spiele generell nicht mit mir, wenn ihr Spaß haben möchtet. Ja. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich kann nicht mehr gewinnen. Er braucht mir die ganze Zeit die Scheiße zu. Was soll ich machen? Jetzt hat er schon gewonnen. Du bist voll schnell so. Wenn man nicht mit, wenn man nicht mit, ähm... Skill gewinnen kann, kann man nur noch mit Troll gewinnen. Wir spielen alte Villa. Nein, wir spielen alte Villa! Wir spielen alte Villa! Sag ich doch. Ähm... Das Schlimme ist... Ja? Ich... 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 Schade. Nein! Das ist Sparta! Nein! Von was? Oh, was? Wer hat diese Scheiß... Wer hat diese Scheiß Bienen dahingestarrt? Hm, ich weiß ja nicht. Vielleicht war es. Ach mal, ich weiß... Ich weiß, wer es war. Du warst das. Ähm, fuck. Ja. Yeah! Yeah, baby! I'm back! Back in... Business! Keine Sorge, Mike. Um das zu bekommen, musst du einen richtig großen Aufwand betreiben. Oh, wir haben es beide. Oh, wow. Ja, ich würde sagen... Krasser Aufwand hier. Nein! Oh, yes! Nee, ich habe jetzt gesagt, wenn ihr jetzt noch verliert, ne? Prässe ich meine Mütze. Ich habe keine Mütze. Ich habe keine Mütze. Nein. Als ob du die Münze hast. Ja, ich habe die Münze. Als ob du noch gestorben bist. Mike, warum bist du jetzt... Mike, warum bist du jetzt gestorben? Das schneiden wir raus und machen noch eine Runde. Oh, mein Gott! Gut gemacht! Oh, Leute, dass du gestorben bist! Hä? Hä? Dann macht das doch irgendwie. Ich klappe von der anderen Seite drauf. Schon klar, oder? Jetzt muss dann seine eigenen Falle sterben. Los! Jetzt muss er an meiner Falle sterben. Warum spielst du eigentlich Funky? Was? Ich wechsle die ganze Zeit. Du, unser Hund! Moment, das kriege ich hin. Nothing is impossible for me. Ich bin der beste UCH-Player in der Welt. Du siehst das? Oh, fuck! Ich habe es geschafft. Mehr muss ich nicht prüfen. Nein! 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 So! Das hast du dir gedacht, was du damit machst! Ich spiel hier! Ich dachte, so wolltest du das machen, hä? Warum spams zu Tee? Ich mein, das ist ein netter Buchstabe so, aber warum? So, Higi, viel Spaß! Ich weiß nicht, wie lieb geschrieben wird! Da fehlt ein E! Weg gehen! Nein! 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 Das krieg ich noch hin. Glaub mir, ich krieg das noch hin. Nein! Nein! Komm, das sollten wir doch alle sehen. Jetzt mach ich ihn kaputt. Das hat nicht gereicht. Jetzt gewinn ich. Wird der die ganze Zeit ausgelöst durch... Oh nein! Ich hab's gerade noch gesehen. Ich wollte rennen weg. Renn weg. Renn weg, genau. Renn weg. 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 Er ist ein 8000. Renn weg. Renn weg. Oh oh. Oh oh. Ich würde sagen, danke schön! Wenn man sich so abspricht... Ich bin so dumm. Neuuuun! So, gewinnen wir dein Spiel, Leute. Ja, wie? Komm, zeig erst mal. Du Unterhund. Ja, wie gewinnt man denn dein Spiel? Oh nein Oh nein Oh doch Oh nein Ja Ja Oh nein Ich bin noch ein Klee, man Yes Er hat es verkauft Hä Yes Wo war ich denn? Wo habe ich denn jetzt festgeklebt? Kann mir das bitte irgendjemand erklären? Bitte im Replay Ich habe schon lange im Replay Das ist so ein Replay Das ist so ein klassischer Replay-Moment Das ist so ein Replay, okay What? Scheiße Oh oh Ich habe gerade richtig Schiss Von mir? Ja Oh Gott Ich habe richtig Schiss Bisschen Schass nicht Scheiße, nein Ne, da kommt er nicht dran Da kommt er nicht dran Das schafft er nicht Nein Yes Nein Erlebt noch Oh mein Gott Drei Münzen Nein Ich glaube mit drei Münzen hättest du es geschafft, oder? Ich weiß es nicht Ja, mit drei Münzen habe ich es geschafft, Mike Weiß ich nicht Oh nein Nein Nein, bitte nicht Das hat nicht geschafft, oder? Nein Okay, Leute, das war es mit dieser Aufnahme Ich hoffe, euch hat es gefallen Ja, lasst einen Like da Und dann sehen wir uns Ciao Oh mein Gott Das reicht Das reicht Oh mein Gott Untertitelung des ZDF für funk, 2017